Hallo liebe Freunde, ich heiße Alza Damirova. Ich studiere im zweiten Studienjahr und Deutsch ist meine zweite Fremdsprache. Mein Gedicht heißt Herbstbild. Dies ist ein Herbsttag, wie ich keinen sah. Die Luft ist still, als atmete man kaum. Und den Nachfallen rascheln fern und nah die schönste Früchte von jedem Baum. Bestört sie nicht die Feuer der Natur. Dies ist die Liese, die sie selber hält. Denn heute löst sich von dem Zweigen nur, Was vor dem milden Strahl der Sonne fällt.